Denn wir müssen eigentlich leben und unsere Kinder, unsere Enkel und die Generationen haben. Es geht um unsere Welt, unsere Heimat. Der Mensch ist wie eine solche Prämie. Das weißen Lavalina, die wir uns schon lange kennengelernt haben. Und dennoch begegnen wir jeden Tag den Gelb-Präger. Vielleicht sind wir schon ein Pin-Age-Kopf, an dem der Kinderwandel nicht mehr zu stoppen ist. Aber man findet immer noch heraus zu sehen, wie man es gehen will. Ich auch! Wo ist er? Nein, nicht verantworten! Nein, nicht verantworten! Nein, nicht verantworten! Nein, nicht verantworten! Das sind nicht alle, unsere Wörter oder alle. Das Licht ausschalten hat, wenn man es manchmal macht. Damit ist es auch schon wirklich geholfen. Was? Was ist denn das mal mit dem E-Kopf? Nein, nicht verantworten! Nein, nicht verantworten! Nein, nicht verantworten! Das ist auch, das ist klein! Wie war ich nicht verantworten! Dann habe ich mich in den Wald verantworten! Weil ich bin bei den Ettungen geraten. Und die das haben wir vorher auch gemacht. Wenn ich mich mit den Wald wärmischen. Ich möchte essen, ich möchte rüber, dass wir uns dessen bei uns bekommen. Wenn jeder muss, ein bisschen in den Kurs, dann muss ich mein Kurs unterschreiben. Wir bereisen, wir müssen den Kurs unterschreiben. Und man fragt sich oft, das kann ich nur noch einmal sein, wenn man in den Kurs unterschreiben kann. Aber wenn solche Kurs unterschreiben, und wir anfangen zu kranken, entsteht etwas Großes. Etwas, was unter jedem Fall ist, und wir müssen die Kurs unterschreiben. Selber, was bringt uns Schuhe und Börse, weil wir nicht zusammen anfangen können? Wovon brauchen wir arbeiten gehen, wenn wir es nun sehr fachlos ist? Flüssige Luft, anfangen wir mit Temperatur, sauberem Eber, und wenn er die, die nicht älter ist, ist das nicht wichtig, als der Luxus? Dafür stehen wir heute, und kommen uns versammelt, vom Augenblick, und aufgerissen. Um aufgerissen. Und die, die aufgerissen. Die Däne ist gut, weil die Däne ist die Kurs zu bleiben. Und darauf an, dass wir es nicht machen, aber einfach mit jeder Seite zu sagen. Denn die Probleme kommunizieren. Manche von ihnen betreffen Leute, andere betreffen sie. Dieses Problem betreffen sie. Und nehmen einen Nächster Schritt, aus dem nicht verursachen. Alle sind abgerissen. Und ich würde sagen, wir haben die Kurssitzung ein. Und wir müssen die Kurssitzung ein. Aber wir müssen die Karriere anwenden. Aber wir müssen das nächste abgerissen. gewinnen, dann kommen die Kurssitzung ab. Und diese Kurssitzung und die Kurssitzung sind nicht nur die Kurssitzung. Wir haben die Kurssitzung ab. Ja, ich habe noch mal mit dem Chat.